Da fahren wir am Bergstein. Jo, ich bin drin. Auf die Hauptstraße. Hier links raus? Ja, fährst jetzt gerade aus nach dem Wald, wenn der aufhört. Alter. Der räumt dich weg. Alter, hängt der da jetzt fest? Voller Hochbetrieb hier. Fahr mal links hoch, ich sag die Wand. Ich schwöre bei dem Donner, ich gucke so oft nach draußen und denke, es ist hier. Direkt Stadtmitte und dann Hörfeld ein. Ja, eventuell links von dem grünen Berg, den schmaleren Waldweg und dann die Straße hoch. Lass mich mal hier raus. Oh lol. Hier streicht es. Hier ist eine Base. Ja, fahr links runter. Nee, ich kann da auch nicht hoch, die haben es zugebaut. Geil, ja. Hier so zwischen die Bäume. Ja, ja, genau. Hier mal, das ist gut. Abschließend nicht vergessen. Habe ich relativ gute Sicht auf die Mission und einen Stein als Deckung, das ist schon mal was. Hast du gelockt? Ja. Einer am MG, ein paar NPCs. Ein Truck ist gleich da, den können wir dann befüllen. Ich geh mal noch weiter. Das ist jetzt zwar den Truck, aber da ist sich ein NPC dahinter direkt. Ja, da sind einige NPCs dahinter. Ich muss mal mein Ding nullen. Flex 100 Meter. Geh mal noch ein bisschen weiter nach rechts. Also jetzt sind da die scheiß Pfannen. Sagt, wenn ihr Sicht habt. Zwei am MG, die kann ich gleich rausnehmen. Hacke, ich verbeule nicht halt meine Position, ja. Ich geh an den Stein fahren, damit ich ein bisschen besser geschützt bin. Cooles Aufpass, ich bin neben dir. Ja. Okay, ich habe gute Sicht. Zwei Beine ist aufgestellt. Seid ihr bereit? Moment, Moment. Ich geh ein bisschen mehr nach rechts. Stopp. Hinten ist, ist das ein Toter? Ich glaube ein NPC ist tot. Sieht fast so aus, ja. Das sind zwei MG, welche Steps du rausnehmen? Ja. Ich kann beide rausnehmen, bis sie das checken. Ich habe hier eine extrem gute Position. Eine sichere und gutes Kaliber. Den im Ghillie sollten wir zuerst rausnehmen. Der liegt. Der liegt da? Und die mit dem Lame langem G danach. Aber der eine Tote macht mich grad ein bisschen stutzig. Ich sehe aber hinten keinen. Holy fuck. Was ist das? Links von uns Schüsse im Wald. Ein Granatwerfer. Holy Macaroni. Was hat denn der vor? Ich sehe das Fahrzeug. Ich sehe das Fahrzeug. Was? Ich sehe es nicht mehr. NPCs wird geschossen. Wir halten die Stellung. Das ist ein gepanzertes Fahrzeug. Wird grad zerschossen. Die rennen gerade alle da Richtung zu dem Granatenwerfer. Wir chillen hier einfach mal. Der macht da halt so gepanzertes Fahrzeug kaputt irgendwie. Ich sehe das gepanzerte Fahrzeug aber über keinen freien Schuss fällt. Der hat einen Reifen kaputt. Hä? Ich habe kein scheiß Entfernungsmesser. Nice. Findet ihr doch nichts. Doch. Geht doch wieder. Ach so. Ja, das habe ich jetzt natürlich auch nicht. Er wird chillen mal noch. Was die jetzt da links machen. Mal freies Schuss fällt auf das Stand-MG. Warte mal, ich will zogen so einen Baum davor. Zu so einer Tanne. Aber aufpassen. Räume schützen dich nicht. Naja, ich bleibe auch übrig. Gerade jetzt hier. Also wir haben alle Schalldämpfer. Wir sind ziemlich leise unterwegs zumindest. Nope. Hä? Ich habe keinen Schalldämpfer. Und eine laute Waffe. Aha. Risch, wenn du loslässt, stören die uns. Jo. Dann lass uns erstmal ein paar abfischen. Na, was dann? Abfischen. Na, ein PC ist weitergeschwind. Wenn es donnert, kann ich einen MG rausnehmen. Welches nimmst du raus? Das linke oder rechte? Ich glaube gut, dass ich auf das rechte. Gut, dann nehme ich das linke. Okay. 50 Meter weiter vorne ist einer im Ghillie. Der zielt in unsere Richtung. Der jetzt aufgestanden ist. Ja, hab ihn. Kannst du den Schuss? Ja, genau. Feuer. Jetzt müssen wir noch auf den Donner warten. Okay, los. Nice, down. Okay, runter. Ja, du bist in meinem Schussfeld. Hopp. Weißt du das? Ja. Wusstest du noch welche? Das waren noch mehr, oder? Das waren noch mehr, ja. Ja, links. 50 Meter links von dem linken MG liegen zwei. Die kann ich vielleicht mit einem Schuss holen, wenn es donnert. Wer schießt? Ich. Weiß nicht, ob das die sind, ist die? Nee, oder? Ja, sehr schön. Bin ich endlich bei den Pfannen hier. Ich glaube da links, da vorne ist eine Base. Ja kaffe, ich bin jetzt zu tief. Muss was auch zurück. Ja, check mal kurz auch hinten und alles ab. Wo bleibt der Donner? Was war, Bube? Ja, beide down. Lade nach. Jörg, siehst du noch was? Ja, aber ich habe jetzt gerade auch nicht mehr die beste Position. Bist du links vorne, oder wo bist du? Links. Okay. Ich vermute, dass es das jetzt gewesen ist. Tschüss, auch mich. Von hinten. Ich glaube ja. Okay. Ich bin getroffen. Okay. Ich bin getroffen. Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Untertitelung des ZDF, 2020